Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Geschäfte werden ausschließlich bar abgewickelt. Wow, Sie sind viel beschäftigt. Begrüßt mit mir auf der Bühne den einzigartigen Magic Mike. Du bist der Ehemann, den Sie nie hatten. Du bist der Traumprinz, dem Sie nie begegnet sind. Cooler Tisch. Hast du den gemacht? Die Teile solltest du verkaufen. Das ist eigentlich mein Plan. Meine Schwester, Mike. Oh, der hat gesessen. Mike. Woher kennst du meinen Bruder? Ich bin Unternehmer. Ich betreibe ein paar Firmen. Baggerst du meine Schwester an? Okay, war nett. Unternehmer der Stript oder Stripper mit Unternehmen? Beides. Ich hatte gehofft, das wäre ein Witz. Ist ziemlich witzig. Ich frag mich nur dauernd, warum Strippen? Frauen, Geld, viel Spaß. Vielleicht denkst du ja auch mal an die Leute, die bei Tageslicht leben. Die Nicht-Vampire. Okay, streiten wir jetzt? Ist das unser erster Streit? Stell dir vor, du könntest jeden Morgen das tun, was dich am glücklichsten macht. Möbel bauen und die verkaufen. Möbel bauen. Dann bist du geschickt mit deinen Händen. Ich passe einfach nicht zu deinem Lebensstil. Ist das Magic Mike, der gerade mit dir redet? Ich bin nicht mein Lebensstil. Glaubst du, was du da gerade sagst? Auch hier unten dürft ihr laut Gesetz nicht anfassen. Aber ich sehe heute Abend hier viele Gesetzesprägerinnen. So viele Ein-Dollar-Noten? Da sind auch ein paar Fünfer drunter. Okay, keine Zwanziger? Du willst nicht wissen, was ich für ein Zwanziger mache.